Ja, mir ist in den letzten zwei Jahren aufgefallen, dass das Weltwirtschaftsforum eine wesentlich größere Rolle spielt, als man so allgemein annimmt. Hier ist wahrscheinlich eine der mächtigsten Organisationen der Welt. Präsidenten und Premierminister oder Premierministerinnen, die kommen und gehen, aber Klaus Schwab ist geblieben über die letzten fünf Jahrzehnte. Und er hat mit dem Einverständnis der amerikanischen Regierung, hat er praktisch die deutsche Wiedervereinigung damals auf den Weg gebracht. Wenn es einen Menschen auf der Welt gibt, der im Ukraine-Krieg, also Friedensstiften hätte eingreifen können, dann wäre das Klaus Schwab gewesen. Hat er aber nicht gemacht. Also das zeigt mir doch, dass da im Hintergrund ein Interesse daran besteht, dass dieser Krieg tatsächlich vonstatten geht. Klaus Schwab sieht die Zukunft der Menschheit in der Verschmelzung der digitalen und der biologischen Sphäre. Und ich finde, das ist so ziemlich das Gefährlichste, was es überhaupt auf der Welt im Moment gibt. Herzlich willkommen zu Klare Sicht. Heute haben wir wieder Ernst Wolf hier. Er ist Journalist und Autor und er hat ein neues Buch geschrieben, das das Weltwirtschaftsforum sozusagen in den Mittelpunkt rückt. Herzlich willkommen, Ernst. Ja, danke für die Einladung. Schön, dass du wieder bei uns bist. Ja, heute reden wir komplett über das Weltwirtschaftsforum. Du hast ein Buch geschrieben darüber. Vielleicht kannst du mir am Anfang erst mal sagen, warum dieses Thema? Ja, mir ist in den letzten zwei Jahren aufgefallen, dass das Weltwirtschaftsforum eine wesentlich größere Rolle spielt, als man so allgemein annimmt. Also die meisten Leute wissen ja vom Weltwirtschaftsforum, dass es in Davos einmal im Jahr die Reichen und die Mächtigen zusammenbringt. Und die meisten wissen auch darüber hinaus, dass das Weltwirtschaftsforum die politische und kooperative Elite der Welt seit ein paar Jahren ausbildet. Also dass diverse Politiker aus der Kaderschmiede der Young Global Leaders des WeltWEF kommen. Aber damit erschöpft sich meistens auch der Wissensstand und ich bin da mal ein bisschen der Sache nachgegangen, was da noch an Weiterem zu entdecken ist. Und ich muss sagen, mir sind da sehr, sehr viele Sachen entgegengekommen, die ich vorher gar nicht so vermutet hätte. Also das Weltwirtschaftsforum ist ungeheuer mächtig, ist wahrscheinlich eine der mächtigsten Organisationen der Welt, wird ja seit 52 Jahren vom gleichen Menschen von Klaus Schwab geführt. Ich muss sagen, Klaus Schwab ist in meinen Augen auch einer der mächtigsten Männer der Welt. Man muss sagen, Präsidenten und Premierminister oder Premierministerinnen, die kommen und gehen, aber Klaus Schwab ist geblieben über die letzten fünf Jahrzehnte. Und der hat ein riesiges Netzwerk geschaffen, der hat Einfluss, nimmt Einfluss auf alle Regierungen der Welt, hat auch bei einigen ganz entscheidenden Wendepunkten in der Geschichte der Welt eine ganz entscheidende Rolle gespielt. Also unter anderem zum Beispiel bei der Deutschen Wiedervereinigung, dann bei der Festigung der Macht der Oligarchen, dann bei der Eingliederung Chinas in die Weltwirtschaft, bei der Stärkung der Kommunistischen Partei Chinas. Also Klaus Schwab ist wirklich einer der mächtigsten Menschen der Welt. Ja gut, also mich interessiert das Thema sehr. Du hast ja mehrere Bücher auch schon vorher geschrieben, Weltmacht EWF zum Beispiel. Du hast auch das Buch Finanztsunami geschrieben und schreibst inzwischen aber auch Kinderbücher. Also das passt so manchmal für viele gar nicht zusammen. Aber ich glaube, ich frage dich jetzt einfach mal, Kinderbücher zu schreiben ist doch auch eine Entspannung. Man braucht ja auch eine innere Balance. Also wenn man das eine zu sehr betreibt, dann wird man wahrscheinlich zum Fachidioten, um das Ganze ein bisschen auszugleichen, ist so ein Kinderbuch ganz hilfreich. Ja, und irgendwie hat das auch alles miteinander zu tun. Das heißt, EWF hat auch was mit dem Weltwirtschaftsforum zu tun. Da kommen wir nachher drauf. Entschuldigung. Finanztsunami, also das Problem des Finanzsystems allgemein, ist ja auch da drin verwoben. Und dann ist eigentlich ganz klar, dass du dann beim Weltwirtschaftsforum gelandet bist. Oder sehe ich das falsch? Nein, nein. Da führt der Weg in letzter Instanz hin. Weil man muss sagen, also die Welt wird ja nicht mehr von Regierungen beherrscht, sondern die Welt wird vom digital finanziellen Komplex beherrscht. Das sind die großen IT-Unternehmen, Apple, Alphabet, Amazon, Meta und Facebook und Microsoft. Und auf der finanziellen Seite sind das die großen Vermögensverwalter heute. Die haben die Welt in der Hand. Aber die haben einen großen Teil ihrer Macht ausgegliedert. Und zwar spielen da die Stiftungen eine große Rolle. Und da gibt es mehrere Stiftungen, die weltweit ganz wichtig sind. Da gibt es George Soros Open Society Foundations. Dann gibt es die Bill und Melinda Gates Foundation. Und dann gibt es eben das WEF in der Schweiz von Klaus Schwab gegründet. Und das WEF hat sich mehr oder weniger auf die politische Seite konzentriert. Also Bill und Melinda Gates Stiftungen, die haben jetzt gerade in der Gesundheitskrise eine große Rolle gespielt. Die spielen bei der Digitalisierung eine große Rolle. Und George Soros, der spielt in Osteuropa eine große Rolle. Er ist ja selber in Ungarn geboren und ist zwar inzwischen Amerikaner, aber hat eine starke Beziehung zum ehemaligen Ostblock. Der ist da ganz stark aktiv. Aber das World Economic Forum ist weltweit politisch aktiv und hat vor allem die kooperative und die politische Elite der Welt miteinander vernetzt. Also bevor wir jetzt die ganze Struktur von Beginn an durchsprechen, möchte ich noch mal eins sagen, weil gerade aktuell ist es ja in Deutschland so, dass man die Reichsbürger verfolgt. Also gestern war ein Einsatz mit 3000 Polizeibeamten und sie haben 25 Menschen festgenommen. 52 waren anscheinend im Visier der 3000 Polizisten. Es geht darum, dass diese Menschen wohl eine neue Art von Regierung installieren wollten. Das ist der Plan gewesen. Wir wissen natürlich nicht, was rauskommt. Wir wissen auch nicht, wie viel in Unterwanderung da mit einhergeht. Aber meine Frage war dann direkt, okay, 52 Bürger, die meistens alle über 50 sind, also alte Bürger, die wollen hier irgendwas planen. Aber öffentlich wird ja eine Art neues Regieren geplant, nämlich das nennt man Governance. Und auf dieses Wort bin ich oft gestoßen, wenn ich auf der Seite vom Weltwirtschaftsforum war. Governance, Public-Private-Partnership, alle zusammen und das ist das neue Regieren. Weil viele Leute wissen gar nicht, was der Unterschied ist zwischen Government, also unserer Regierung und das Governance. Dieses Wort Governance ist das Regieren. Und die lässt man ja seit den 70er Jahren einfach so da was... Ja, das ist ganz interessant. Das ist auch interessant, was sich hinter ESG verbirgt. Das heißt ja Environment und Social und Governance. Und das ist ja nichts anderes als ein Sozialkreditsystem für große Unternehmen. Also es wird ja immer gesagt, also China wird so immer als erschreckendes Beispiel dargestellt, weil die dieses Sozialkreditsystem auch im Alltag inzwischen eingeführt haben. Aber bei uns gibt es das auch schon seit einiger Zeit. ESG bevorzugt die ganz großen Konzerne und zerstört in letzter Instanz den Mittelstand. Also die ganzen Forderungen, die da gestellt werden über ESG, gerade was den Klimaanwandel anbetrifft, die legen dem Mittelstand ganz enorme Schwierigkeiten in den Weg. Also ich habe gerade gestern mit einem mittelständischen Unternehmer gesprochen, der mir erzählt hat, dass seine Zulieferer ab nächstes Jahr ihn nicht mehr beliefern, wenn er nicht bestimmte Klima... wenn er nicht klimaneutral ist bis dahin. Also da sieht man, wie diese Leute unter Druck gesetzt werden. Und das wird alles mehr oder weniger von hinten bestimmt. Also eine ganz wichtige Rolle spielen da auf der einen Seite die Vereinten Nationen, die diese ganzen Regeln ja mit vorgeben. Aber natürlich spielt auch da das World Economic Forum eine ganz wichtige Rolle, weil die bei diesen ganzen Sachen im Hintergrund immer ganz, ganz stark aktiv sind. Ja, aber die werden einfach gelassen. Das heißt, die planen etwas und auch der Klaus Schwab sagt das ja ganz öffentlich und ganz offen in die Kameras. Also sie wollen eine vierte industrielle Revolution, sie wollen den Great Reset und am liebsten eine globale Gesundheitskarte, Identity, ja. Alles digital. Und da lässt man die einfach gewähren. Das sind ja auch alles Nichtregierungsmenschen, ja. Die haben ja keine Regierung, sie haben keinen Posten, der jemals gewählt wurde von irgendwem. Und man lässt sie regieren. Wie geht das? Uns allen wird immer vorgespielt, dass die Regierungen diejenigen sind, die also die Zügel in der Hand haben. Aber das ist schon lange nicht mehr so. Die Regierungen haben die Zügel nicht in der Hand. Die Zügel in der Hand hat der digital-finanzielle Komplex. Und wie ich das schon gesagt habe, der hat einen Teil seiner Macht ausgegliedert. Und für den arbeiten zum Beispiel die Stiftungen. Und das World Economic Forum hat eben die Vorreiterrolle genommen bei der Verbindung zwischen den Führern der großen Konzerne und den Politikern. Also alles, was Politiker beschließen, die wichtigen großen Beschlüsse, die werden vorher abgestimmt. Und das ist eine der wichtigsten Aufgaben des World Economic Forums gewesen in den letzten 50 Jahren. Das hat die Politiker und die Konzernführer immer abseits der Öffentlichkeit zusammengebracht. Da gab es so etwas wie die IGWEL, das ist Informal Gatherings of World Economic Leaders. Da haben sich die Weltführer der großen Konzerne in informellem Kreis mit den wichtigsten Politikern der Welt getroffen. Da hat kein Mensch was von erfahren. Da sind aber zum Beispiel Gesetzesvorhaben auf den Weg gebracht worden. Die Parlamente waren dann die letzte Instanz, die davon erfahren hat. Also die Parlamente durften nur noch das abwinken, was da hinter verschlossenen Türen schon längst beschlossene Sache war. Ja, also da merkt man, dass das alles so verbunden ist. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit dieser Person Klaus Schwab. Klaus Schwab ist ja der Macher des Weltwirtschaftsforums. Ich habe dein Buch gelesen. Ich habe ja am Anfang gesagt, du hast ein neues Buch geschrieben. Haben wir das überhaupt hier? Haben wir nicht hier? Ich habe leider selbst noch keins bekommen, weil die Vorbestellungen waren so überwältigend, dass der Verlag mir selbst noch keins zugeschickt hat. Aber das hört sich doch gut an, weil ich finde schon, dass das Weltwirtschaftsforum, und das ist ja auch ein Thema, das ich seit fünf, sechs Jahren bearbeite, weil ich gemerkt habe, dass alles, die ganzen Krakenarme führen genau dahin. Ja, lass uns mal anfangen. Was hast du eigentlich herausgefunden über diesen Menschen Klaus Schwab? Klaus Schwab kommt schon aus einer Elitefamilie. Also sein Vater war ein Topmanager in einer Zürcher Firma. Und ganz interessant ist, dass der einen Teil des Betriebes nach Deutschland verlagert hat. Und zwar zur Zeit von Adolf Hitler. Und der ist nach Ravensburg damals gegangen. Und der Betrieb, den er da gemanagt hat, der ist dann als nationalsozialistischer Musterbetrieb ausgezeichnet worden. Escherwies heißt er. Escherwies heißt er ja genau. Ist in Deutschland nicht so bekannt, aber in der Schweiz relativ bekannt. Und da sieht man schon, wo die politischen Prioritäten der Familie gelegen haben. Und Klaus Schwab ist natürlich auf ganz elitäre Weise aufgewachsen. Er durfte dann mit seiner Familie immer in die Schweiz rüber wechseln und durfte nach Deutschland wieder wechseln. Also die Grenze war damals nicht für alle offen, aber für ihn war die offen. Also er ist gleich in so eine elitäre Familie hineingeboren worden. Und dieses elitäre Denken, das zieht sich durch sein ganzes Leben hindurch bis heute. Ja, ja. Ich habe dann auch gelesen in deinem Buch. Später ist er sogar in die Firma hineingegangen seines Vaters nach dem Krieg. Das war, glaube ich, 1968. Ja, genau. Dann hat er da noch einige Deals gemacht. Und da gibt es auch einige sehr, sehr fragwürdige Dinge, die da gelaufen sind. Also er hat da wohl offensichtlich den Amerikanern da mitgeholfen. Also bei dem Versuch, das südafrikanische Apartheids-Regime damals mit nuklearem Material zu versorgen. Aber viel wichtiger ist eigentlich die Frage, also wie konnte Klaus Schwab eigentlich überhaupt so mächtig werden. Also als der das World Economic Forum gegründet hat, war er gerade mal 32 Jahre alt, hatte Volkswirtschaft studiert und hatte Ingenieurswissenschaft studiert und gerade mal fünf Jahre Berufserfahrung. Und sein erstes Symposium, also die Organisation hieß damals noch European Management Forum, das erste Symposium, das hat 444 Spitzenmanager aus Europa, aus 33 Ländern zusammengebracht. Und diese Leute haben allen Ernstes 14 Tage ihren Arbeitsplatz verlassen, um in Davos den 50 Top-Speakern der Welt zuzuhören. Also allein die Organisation dieser Veranstaltung muss Millionen gekostet haben, die Schwab garantiert nicht gehabt hat. Also es muss ganz mächtige Hintermänner gegeben haben, die das Ganze gefördert haben. Und der Sache bin ich dann mal auf den Grund gegangen und da bin ich darauf gestoßen, dass Klaus Schwab vorher, einige Jahre vorher, ein Jahr an der Harvard-Universität verbracht hat. Und dass da er mit Henry Kissinger, also seinem damaligen Professor, in Kontakt gekommen ist, mit John Kenneth Galbraith, einem Berater von mehreren amerikanischen Präsidenten und mit Herman Kahn, einem Futurologen, der damals das Verteidigungsministerium oder das Kriegsministerium der USA im Vietnamkrieg beraten hat. Das sind ja schon ganz schön mächtige Männer, mit denen er sich umgeben hat. Ganz genau, die hatten damals schon einen Plan. Die verfolgten nämlich den Plan, die wollten amerikanische Management-Methoden nach Europa bringen. Also damals gab es ein Buch, das hat da wirklich Furore gemacht, von einem französischen Medienmogul namens Jean-Jacques Servant Schreiber, das hieß Die amerikanische Herausforderung. Und alle europäischen Manager waren damals relativ nervös, weil die Amerikaner haben damals so gut wie alles beherrscht. Na ja gut, wir hatten damals den Nachkriegsboom über 25 Jahre und die europäischen Manager fürchteten damals um ihre eigene Macht. Und da sind die Amerikaner auf eine ganz raffinierte Idee gekommen. Die haben gesagt, wir bringen einfach den deutschen, den europäischen Managern amerikanische Management-Methoden bei. Und das war auch die Prämisse, unter der die erste Veranstaltung stattgefunden hat. Also man wollte europäischen Managern amerikanische Methoden, Geschäftsmethoden beibringen, damit die genauso erfolgreich werden wie die Amerikaner. Und daraufhin sind diese ganzen Manager tatsächlich da angereist, haben auch dafür bezahlt. Also das ist ganz irre. Und das muss so gewesen sein, dass da ganz mächtige Leute dahinter standen, weil irgendein Manager fährt nicht für 14 Tage, das war noch in der Zeit vor den Handys, fährt nicht nach Davos und lässt sich 14 Tage, lässt seinen Job dann im Stich, nur um bei dieser Veranstaltung dabei zu sein. Und interessanterweise gleich nach der Veranstaltung, einen Tag nach der Veranstaltung, hat Klaus Schwab in Chur im Kanton Graubünden seine Stiftung gegründet, also gleich am nächsten Tag. Und interessant ist, dass der Schirmherr dieser Stiftung gleich die EG-Kommission geworden ist, also die Vorgängerin der EU-Kommission. Also da sind sofort ganz große Beziehungen geknüpft worden zwischen den politischen Strukturen in Europa und den Führungsetagen der Großkonzerne in Europa. Und man muss ja sagen, damals als er dieses WEF oder EMF, so hieß es ja damals noch, gegründet hat, waren wir ja im Kalten Krieg. Das dürfen wir ja nicht vergessen, das war noch in den 70er Jahren. Trotz allem hat er es geschafft, auch zu China Kontakte zu knüpfen und hat mit der Zeit immer mehr Kontinente dazugenommen, Präsidenten und so weiter. Wie konnte es eigentlich sein, dass im Kalten Krieg, wir durften ja nicht nach China, also normalerweise hattest du kein Visum bekommen, um da hinzukommen. Wie hat er es denn geschafft? Wie ging das? Das ist ganz interessant, dass er da seine Fühler ausgestreckt hat und bereits in den 70er Jahren, also noch bevor Deng Xiaoping damals die Planwirtschaft abgeschafft hat, schon die ersten Kontakte da geknüpft hat. Interessant ist auch, wie er die ganzen Politiker aus aller Welt da reingebracht hat. Also es hat ganz langsam angefangen. Also bei den ersten drei Symposien waren noch keine führenden Politiker dabei. Ich glaube, beim dritten Symposium ist dann der luxemburgische Premierminister als erster Politiker da reingekommen. Aber schon ein paar Jahre später waren dann tatsächlich auch Premierminister aus Südamerika mit dabei. Es waren asiatische Regierungsführer mit dabei. Also er hat das so ganz, ganz langsam, ganz systematisch aufgebaut. Interessant ist natürlich die Beziehung zu China, weil er da sehr schnell Beziehungen zur Kommunistischen Partei aufgenommen hat und zu den ganzen Regierungsbehörden darauf. Der hat dann also tatsächlich auch das ausgenutzt, als damals am Tiananmen Platz da dieses Massaker stattgefunden hat. Da hat ganz kurz darauf tatsächlich ein Forum stattgefunden in China. Und es gab dann in Dalyan in China und in Tianjin, wo ich ja auch geboren bin, da hat es dann auch immer Foren gegeben. Also das hieß dann immer Davos in China. Also da gab es also schon eine ganz, ganz große Entwicklung, von der wir hier eigentlich nie was gehört haben. Und später ist dann in Beijing auch ein Büro eingerichtet worden. Und heute muss man sagen, ist China einer der größten, wichtigsten Partner des World Economic Forum. Also gerade bei den Young Global Leaders, da sehen wir, dass hauptsächlich Amerikaner immer ausgebildet werden. Aber die zweitgrößte Gruppe, die kommt schon aus China. Ja, aber man hat ihn ja gelassen. Ansonsten hätte man ja sagen können, er ist ein kommunistischer Spion, nicht wahr? Ich meine, im Kalten Krieg, oder? Ja, das zeigt uns aber, dass wir nicht auf die Politik achten sollen. Wir sollten lieber achten auf das, was im Hintergrund passiert. Und im Hintergrund hat eben in den letzten 50 Jahren der digital-finanzielle Komplex, also die großen IT-Konzernen und die großen Vermögensverwaltungen, die haben übernommen. Die bestimmen das Geschehen heute. Uns allen wird immer noch vorgemacht, dass es jede Menge Differenzen zwischen eigen-einzelnen Ländern gibt. Und die gibt es auch tatsächlich und die werden auch ausgespielt. Aber der große Gewinner bei der ganzen Sache, der sitzt im Hintergrund. Das sind diese sieben großen Konzerne. Also ich habe hier aus deinem Buch mal was rausgeschrieben. Und da schreibst du hier 1977, gab es ein neues Motto und das hieß Committed to Improving the State of the World. Also die Verbesserung des Zustandes der Welt, deren sind sie sich verpflichtet. Wie kann eigentlich jemand, der überhaupt keinen politischen Posten hat, so etwas überhaupt in die Welt setzen? Indem er die ganzen Leute praktisch sich in gewisser Weise auch unterwirft. Weil ich habe ja schon gesagt, also Politiker kommen und gehen, aber das World Economic Forum, das bleibt. Also der hat sehr, sehr viel Macht in seine Hände genommen, dadurch, dass er eben diese ganze Vernetzung vornimmt. Also ich glaube, es gibt keinen anderen Menschen auf der Welt, der so viele Handynummern von Konzernlenkern und von Regierungsführern besitzt, wie Klaus Schwab. Also Klaus Schwab, wenn der morgens in Washington im Weißen Haus anruft, dann wird er garantiert innerhalb von zwei Stunden zum Präsidenten vorgelassen. Das Gleiche wird passieren, wenn er im Kreml anruft oder wenn er irgendwo in Beijing anruft. Also das ist schon eine der wichtigsten Schlüsselfiguren unserer Zeit. Es gab mal so einen kleinen Dokumentarfilm über Davos und da hat man ihn begleitet mit der Kamera. Und genau so war es, wie du es gerade beschrieben hast. Man hat Klaus Schwab gesehen, wie er gerade den Präsidenten von irgendeinem Land in Südamerika anruft. Und wenn ein Problem ist, dann Moment, ich rufe den Präsidenten von Frankreich an, ich rufe den an. Also er ist so vernetzt. Komischerweise ist es so, dass seine ganze Familie eigentlich involviert ist. Nicht wahr? Es ist nämlich auch, seine Tochter hat das begonnen, glaube ich, mit dem Global Leader-Programm. Genau. Sein Sohn ist in China, seine Frau macht mit der Stiftung mit. Also es ist ein richtiger Familienbetrieb. Es ist ein Familienclient, der das Ganze leitet. Übrigens hat er noch eine zweite Stiftung gegründet. Ich glaube 1998 war das, die parallel zum World Economic Forum noch läuft, also die von seiner Frau dann gemanagt wird, wo natürlich auch noch mit Geld verdient wird. Also man darf nicht vergessen, dass das Ganze der Familie Schwab natürlich auch sehr viel Geld einbringt. Weil also wir wissen ja, dass es 1000 Partnerunternehmen des World Economic Forums gibt. Die zahlen alle fünfstellige Summen als Mitgliedsbeiträge jährlich. Und dann gibt es diese 120 strategischen Partner. Na, das sind so die wichtigsten, im Sinne des WEF wichtigsten Unternehmen der Welt. Die zahlen also hohe sechsstellige Beiträge, nur dass sie dabei sind. Also die bekommen dann die ganzen Insider-Informationen von denen und werden natürlich also dann, wenn sie irgendwie das Bedürfnis haben, sich vernetzen zu lassen, von denen dann sofort mit denen zusammengebracht, mit denen sie gerne sprechen möchten. Ja, ich finde das immer noch sehr merkwürdig, weil ein Mann, also ein Mann und aber auch seine Organisation, dieses WEF, ist im Grunde eigentlich eine Agentenschmiede. Das heißt, normalerweise müsste er verboten werden, wenn er so viele Kontakte hat, dass er wirklich jederzeit jeden erreichen kann. Das heißt, er könnte auch irgendwelche Informationen aus Deutschland jetzt nach China bringen. Ja, es ist ein absolutes Machtzentrum da im Hintergrund gewachsen. Also das ist eine Institution, die garantiert viel mehr Macht hat als einzelne Parlamente. Und das zeigt eben, in welcher Zeit wir leben. Also der große Fehler, den die meisten Menschen heute noch machen, ist, dass sie immer auf die einzelnen Regierungen gucken und dann denken, dass die Regierungen wirklich die Entscheidungen treffen. Die ganzen Präsidenten unserer Zeit, die ganzen Premierminister und so weiter sind nichts anderes als Marionetten. Das sind Marionetten des digital-finanziellen Komplexes. Und der digital-finanzielle Komplex hat sich entschieden, die Macht nicht direkt auszuüben, sondern über andere Organisationen und unter diesen anderen Organisationen sind die Stiftungen besonders wichtig. Und politisch ist da das WEF die Nummer eins. Ja, unglaublich auch. Und das wusste ich noch nicht in deinem Buch stand auch, dass zum Beispiel 1990, vier Monate vor der offiziellen Wiedervereinigung Deutschlands, organisierte das WEF in einem Ostberliner Hotel das erste West-Ost-Wirtschaftstreffen. Ich meine... Ja, auch die deutsche Wiedervereinigung ist ja vom WEF organisiert worden. Also die deutsche Wiedervereinigung ist damals auf großen Widerspruch getroffen. Und zwar die britische Regierung war dagegen. Also Margaret Thatcher hat sich ganz eindeutig gegen die deutsche Wiedervereinigung ausgesprochen. Und das gleiche gilt für die französische Regierung. Also François Mitterrand, der damalige Präsident, hat gesagt, auf keinen Fall, Deutschland darf nicht wiedervereinigt werden. Der Hintergrund war ganz einfach. Beide Länder waren in der EU und haben befürchtet, dass das wiedervereinigte Deutschland dann viel stärker werden würde und an Kraft gewinnen würde. Nun, wie ist die Wiedervereinigung dann zustande gekommen? Ganz einfach dadurch. Klaus Schwab hat damals Helmut Kohl nach Davos bestellt und er hat Hans Modrow nach Davos bestellt. Hans Modrow war der Nachfolger von Egon Krenz, also der letzte mächtige Mann der DDR. Und er hat mit dem Einverständnis der amerikanischen Regierung, hat er praktisch die deutsche Wiedervereinigung damals auf den Weg gebracht. Also die amerikanische Regierung, die war damals so ein bisschen, die hat so einen Schlangenkurs gefahren. Aber die hat dann wohl schlussendlich einfach entschieden, also wenn Deutschland wiedervereinigt wird, dann schadet das Großbritannien, dann schadet das auch Frankreich. Das schadet der EU. Also lassen wir das Ganze mal zu. Aber tatsächlich dieses erste Treffen zwischen Ost und West, also zwischen Helmut Kohl und Hans Modrow, das hat in Davos im Beisein von Klaus Schwab stattgefunden. Also so viel Macht hat kaum jemand auf dieser Welt. Und dann spielen natürlich auch die anderen Stiftungen, die du genannt hast, zum Beispiel der Club of Rome. Der hat ja nur 100 Mitglieder ungefähr. Also sie halten es bis auf 100, ganz elitäre Menschen. Die haben ja auch eine Rolle gespielt. Der Club of Rome hat am Anfang eine Rolle gespielt, weil der Gründer des Club of Rome, Peccei, der auch der Gründer von der Fluggesellschaft Alitalia war, also ein relativ hochstehender Unternehmer in Italien, der hat glaube ich auf dem zweiten oder dritten Symposium damals schon eine wegweisende Rede gehalten, die allerdings nicht gut angekommen ist in der Öffentlichkeit, weil er damals über eins der Ziele des Club of Rome gesprochen hat. Und eins der Ziele des Club of Rome ist ja die Reduktion der Weltbevölkerung. Also der Club of Rome geht davon aus, dass ganz viele Probleme auf der Welt daher rühren, dass wir einfach zu viele Menschen sind. Und diese Reduktion der Weltbevölkerung ist damals nicht besonders gut angekommen. Aber die hat Klaus Schwab dazu veranlasst, einen ganz, ganz raffinierten Schaftzug zu machen. Der hat nämlich beim nächsten Symposium, hat er einen Bischof, glaube ich, aus Brasilien, also ein Camara hieß der, geholt und der hat damals gewettert gegen die Elite der Welt und gegen die Reichen und sich für die Armen ausgesprochen, sodass in der breiten Öffentlichkeit der Eindruck erweckt wurde, das World Economic Forum, das führt alle Kräfte zusammen, das gibt allen ein Forum, um ihre Meinung auszudrücken und muss ja also deswegen eine ganz demokratische Organisation sein. Er hat dann beim nächsten Forum, hat er dann auch einen ganz weltberühmten Meeresforscher damals, den Jean-Jacques Cousteau da hingerufen, der hat auch ganz stark gewettert gegen die Regierung. Man muss sagen, diese Leute sind einfach missbraucht worden, die sind als Feigenblatt missbraucht worden, um das World Economic Forum anders darzustellen als das, was es in Wirklichkeit war. In Wirklichkeit ist es die Speerspitze der großen Konzerne und der großen Finanzinstitutionen und eine ganz elitäre Einrichtung, die sich um das Schicksal der Menschen überhaupt kein bisschen kümmert. Also wenn ich dir so zuhöre, das hört sich alles so trocken an, aber ich finde das ganz schlimm, wenn man wirklich reinguckt, deswegen habe ich auch diesen Vergleich mit den Reichsbürgern, weil das sind 52 irgendwelche älteren Leute, die sollen das alles umstürzen und irgendwie Posten bekommen, aber da haben alle Posten. Und er selber, Klaus Schwab, hat ja auch gesagt, und ich habe es mir extra hier aufgeschrieben, we penetrate the cabinets. Und er hat auch gesagt, I'm proud. Er ist stolz, dass er die Kabinette sind, wie unsere Regierungen penetrieren kann. Und er sagt, ja, hier, die Hälfte des kanadischen Kabinetts ist voll mit Young Global Leaders. Das ist aus dem Mund von Klaus Schwab. Und warum kommt da nicht die Polizei und sagt, hallo, wie kannst du als Privatperson das halbe Kabinett in Kanada kontrollieren? Ja, das Interessante ist ja eben, dass es eine Stiftung ist und diese Stiftung genießt natürlich bestimmte Rechte. Also diese Leute, die da in den Führungsgremien sind, die genießen dann auch diplomatische Immunität. Die zahlen auch keine Steuern. Also die haben schon bestimmte Sonderrechte. Und dass die in der Schweiz sitzen, ist natürlich auch kein Zufall. Aber die werden garantiert auch weiter in Ruhe gelassen werden. Ich glaube, dass der Klaus Schwab einen großen Fehler gemacht hat. Ich glaube, dass der im letzten Jahr einen großen Fehler gemacht hat, indem er das Buch The Great Reset geschrieben hat. Weil das hat das WEF jetzt in das Licht der Öffentlichkeit gezerrt. Also das WEF hat lange davon gelebt, dass es eigentlich immer im Hintergrund die Fäden gesponnen hat. Aber jetzt in den letzten anderthalb Jahren sind ganz viele Leute darauf gekommen, dass da tatsächlich eine unglaubliche Macht im Hintergrund entstanden ist. Und die haben auch sehr viel von dem an die Oberfläche gebracht, was da passiert war, was den Leuten eben noch nicht bekannt gewesen ist. Und ich habe jetzt bei meinen Recherchen gemerkt, dass das WEF in den letzten anderthalb Jahren stark bemüht gewesen ist, sein Image in der Öffentlichkeit zurechtzurücken. Die haben also sehr viele Seiten, die im Internet gewesen sind, gelöscht. Die haben sehr viele Verbindungen von sich dann plötzlich verschwinden lassen. Die Liste der Young Global Leaders und auch der Global Leaders for Tomorrow, die ist manipuliert worden. Da sind einige Namen verschwunden. Also man merkt, dass die auf dem Rückzug sind. Ich denke, dass Klaus Schwab sich da ein bisschen zu weit vorgewagt hat. Und dass auch die weltweite Elite nicht so ganz glücklich darüber ist. Man konnte das sehen beim letzten Treffen jetzt 2021. Da haben die Amerikaner zum Beispiel keine Regierungsdelegation mehr hingeschickt. Da haben viele Regierungen sich zurückgehalten. Da war eigentlich relativ wenig los. Da sind nur noch die großen Konzernführer zusammengekommen mit den Ultrareichen. Also die Politik hat sich da ein bisschen rausgezogen. Ich denke, dass Klaus Schwab da wirklich einen Schritt zu weit gegangen ist. Ja, ich hätte mich auch gewundert, wie kann man eigentlich ganz öffentlich solche Dinge sagen, ohne wirklich Ärger zu bekommen? Gut, langsam ist es ja so, dass die Bürger auch verstehen, da läuft was. Da läuft was. Aber natürlich klärt auch keiner wirklich auf. Also die Massenmedien klären darüber nicht auf. Die lassen ihn einfach in der Heute-Sendung sprechen und sagen aber nicht, was alles an Macht hinter ihm steht. Nun, er hat ja auch eine Vorstandsriege dort beim WEF. Könntest du uns vielleicht sagen, wer da so alles drin ist und was die für Posten haben? Interessant. Also das wechselt natürlich. Also da kommen Leute und gehen Leute. Also Ursula von der Leyen zum Beispiel war eine Zeit lang drin. Die ist wieder draußen. Aber jetzt im Moment, also 2019 dazugekommen ist Larry Fink, der Chef von BlackRock, also der wohl mächtigsten Finanzorganisation, die es jemals auf diesem Planeten gegeben hat. Dann sitzt da drin Christine Lagarde, also die Chefin der EZB und frühere IWF-Chefin. Dann sitzt da die neue IWF-Chefin drin. Das ist eine Frau Georgieva. Dann ist Al Gore dabei, der ehemalige Vizepräsident der USA, von dem wir viele nicht wissen, dass er auch im Vorstand von, ich glaube Apple oder Google, von einem dieser großen IT-Konzerne drin sitzt. Also da sitzt die absolute Elite. Und aus der Schweiz sitzt da der Vorstandsvorsitzende von Nestlé mit drin. Also da ist die absolute Elite der Welt unter sich und diese Leute wechseln dann auch mal. Da wird der Posten dann von dem einen auf den anderen übergeleitet. Also da weiß man schon, wer da den Ton angibt. Und man darf nicht vergessen, also ganz wichtig, was die Personalie Larry Fink angeht, BlackRock ist, also das ist das mächtigste Finanzunternehmen, was es jemals gegeben hat. Also der Hauptaktionär von BlackRock ist Vanguard und die beiden beherrschen die größten zehn Vermögensverwaltungen der Welt. Also zumindest acht von zehn haben die als Hauptaktionäre unter sich und die können natürlich jeden Markt der Welt in jede Richtung bewegen. Und damit können die natürlich jede Regierung auf der Welt unter Druck setzen. Also wenn die wollen, dass irgendeine Regierung in Asien mal richtig ins Schwimmen kommt, dann brauchen die bloß die ganzen Finanzmärkte in diesem Land mal kurz ins Visier nehmen. Und die können die nach oben, nach unten, nach gut dünnend bewegen. Ja, BlackRock, diese Woche kam die Nachricht, dass sie minus 30 Prozent an der Börse haben. Was ist da los? Ja, bei BlackRock ist im Moment also ein bisschen Land unter. Also die hatten im letzten Jahr Vermögenswerte verwaltet in Höhe von 10 Billionen US-Dollar. Im Moment ist das unter acht Billionen runtergerutscht. Aber ich denke, das ist auch ein taktisches Galkül. Also die versuchen ja im Moment den Mittelstand weltweit platt zu machen. Und das geht natürlich nicht ohne Kollateralschäden. Und diese Kollateralschäden, die betreffen ja auch teilweise die IT-Konzernen. Also wir wissen ja, dass bei vielen großen Konzernen, man kann es am Nachmittag zum Beispiel sehen, dass die Börsenkurse da weit nach unten gegangen sind. Aber man darf nicht vergessen, also ob so ein Unternehmen nun 10 Billionen Dollar hat oder 8,5 Billionen oder 7,5 Billionen, das macht keinen großen Unterschied. Also die Macht bleibt bei denen. Kaputt gehen tut zurzeit weltweit der Mittelstand. Das ist das Schlimme, dass die Plattformökonomie im Moment den weltweiten Mittelstand ins Visier genommen hat und den zerstören wird. Das ist allerdings auch die gute Nachricht, weil unsere Welt wird ohne den Mittelstand einfach nicht so funktionieren, wie sie bisher funktioniert hat. Also das ist ein Modell, was im Moment propagiert wird, was im Endeffekt nicht funktionieren wird. Viele sagen ja, es ist auch so ähnlich wie ein Endgame im Moment. Das bedeutet eigentlich, dass diese Großen übrig bleiben. Also wenn der Mittelstand jetzt langsam kaputt geht oder pleite geht oder keine Kraft, keine Kaufkraft mehr hat oder Investitionsgelder hat, dann bleiben ja nur noch die ganz Großen übrig. Sprich, das bedeutet ja, dass die sich dann, das fängt ja auch jetzt schon an bei Pfizer und Moderna, die gehen sich alle an, wer denn die Patentrechte hat. Wird das denn nicht auch irgendwie so ausgehen, dass die sich dann selbst gegenseitig bekämpfen werden? Ja, also das Ziel, was diese Agenda verfolgt, ist ein Ziel, was nicht aufgehen wird. Also wir wissen ja auch, dass im Hintergrund im Moment ein riesiges Projekt vorangetrieben wird. Das ist das digitale Zentralbankgeld. Also wir wissen, dass unser weltweites Finanzsystem zerbrochen ist. Das ist in der Weltfinanzkrise von 2007, 2008 kaputt gegangen. Das ist dann über 14 Jahre ungefähr künstlich am Leben erhalten worden. Ist jetzt 2020 im März, April in sein Endstadium eingetreten. Und was die jetzt machen im Moment, die plündern dieses System nach Belieben, weil sie wissen, dass im Hintergrund ein neues System aufgebaut wird. Also dieses digitale Zentralbankgeld. Das große Problem ist, wie soll man das einführen? Also digitales Zentralbankgeld erfordert ganz starke autoritäre Strukturen. Und die gibt es noch nicht. Aber da arbeitet man ja dran. Also die letzten zweieinhalb Jahre haben die Einführung von mehr autoritären Strukturen gesehen, als irgendeine Phase in der Geschichte der Menschheit. Also es sind noch nie so viele autoritäre Maßnahmen ergriffen worden, wie in den letzten zwei Jahren und zwar weltweit. Und das dient der Vorbereitung der Einführung von digitalem Zentralbankgeld. Dieses digitale Zentralbankgeld ist praktisch die letzte Karte, die von denen ausgespielt wird. Das wird im Endeffekt nicht funktionieren. Digitales Zentralbankgeld wird mit ganz großer Sicherheit in eine galoppierende und am Schluss in eine Hyperinflation führen und wird sich dann selbst zerlegen. Also wir stehen vor ganz, ganz großen Umwälzungen und der Plan, der große Plan im Hintergrund, dieser Great Reset wird im Chaos enden. Absolut sicher. Also wir haben ja die letzten Wochen die Problematik auch in China gesehen. Die haben ja schon, die sind etwas weiter fortgeschritten als wir mit der Digitalisierung und die haben diese QR-Codes und so weiter, dieses Social Credit System schon im Grunde etabliert. Nun, nach diesen Demonstrationen jedoch hat man gesehen, dass die Regierung in China auf einmal Lockerungen gemacht hat. Jetzt werden wir natürlich gucken, wie lange diese Lockerungen da stehen bleiben. Auf jeden Fall haben sie erstmal gesagt, man muss keinen QR-Code mehr zeigen. Also es hat schon was gemacht mit den Bürgern dort, weil es waren natürlich auch unglaubliche Zustände. Was sagst du denn zu dieser momentanen Situation in China und was glaubst du, machen die das aus taktischen Gründen gerade? Naja, auf jeden Fall. Die werden natürlich versuchen, an der Macht zu bleiben, aber das zeigt auf jeden Fall, dass die im Moment auf dem Rückzug sind. Also die Unzufriedenheit in der Bevölkerung ist riesengroß. Es hat ja dann diese Katastrophe gegeben, dass da Leute in ihren Wohnungen auch verbrannt sind und das hat natürlich den Volkszorn da wirklich entfacht und da musste die Kommunistische Partei dann eben nachgeben und gewisse Zugeständnisse machen. Aber man darf eins nicht vergessen, die Kommunistische Partei in China, also die Machthaber in China, sind ganz eng verbandelt mit dem digital-finanziellen Komplex des Westens. Also die arbeiten zusammen mit dem Silicon Valley und mit der Wall Street. Das wird uns auch alles völlig anders dargestellt. Also wir erfahren jetzt immer, dass es große Probleme zwischen der Regierung in den USA und der Regierung in Beijing gibt, genau wie mit Russland und so weiter. Aber in Wirklichkeit der große Profiteur, das sind die digital-finanziellen Großkonzerne, die sitzen im Hintergrund und die lassen das alles geschehen. Und ganz wichtig ist eben diese neue Achse zwischen Beijing und dem Silicon Valley und der Wall Street. Also in China ist man ja sehr weit mit der Einführung des digitalen Zentralbankgeldes, aber was kaum bekannt ist im Westen ist, dass man im letzten Jahr auf einem großen Finanzkongress in China überlegt hat, offiziell überlegt hat, ob man den EYuan, also die digitale Zentralbankwährung Chinas, möglicherweise auf dem Netzwerk entweder von Ethereum oder auf dem Netzwerk von Diem, und Diem ist die Nachfolgewährung von Libra, also von Mark Zuckerberg, rausbringen sollte. Also die ehemalige Facebook-Währung, die dann eingestellt wurde. Also da sieht man, dass es eine ganz direkte Zusammenarbeit zwischen dem digital-finanziellen Komplex des Westens und der KP China gibt. Und das ist natürlich auch ganz entscheidend für die Politik da drüben. Und das hilft denen da drüben natürlich auch. Das zeigt aber auch, dass beide im Moment mit großen Schwierigkeiten kämpfen, weil ja auch im Westen das Narrativ von dem ultragefährlichen Virus so ganz langsam, also immer stärker in Frage gestellt wird. Jetzt nehmen wir mal den dritten Großen im Bunde, Russland, das hast du ja gerade angesprochen. Also Russland wurde dieses Jahr nicht eingeladen nach Davos, obwohl es immer russische Vertreter gab. Warum hat Klaus Schwab diesen Weg genommen? Er hätte ja auch für den Frieden was tun können. Ja, das ist ja das Interessanteste an Klaus Schwab. Also wenn es einen Menschen auf der Welt gibt, der im Ukraine-Krieg, also Friedensstiften hätte eingreifen können, dann wäre das Klaus Schwab gewesen. Also Klaus Schwab ist gut bekannt mit Wladimir Putin, der ist gut bekannt mit Herrn Zelensky, der ist gut bekannt mit Joe Biden, der kennt Herrn Macron, weil er einer von seinen Young Global Leaders ist, der ist mit Olaf Scholz bekannt, der hätte all diese Leute an einen Tisch bringen können, hat er aber nicht gemacht. Also das zeigt mir doch, dass da im Hintergrund ein Interesse daran besteht, dass dieser Krieg tatsächlich vonstatten geht. Weil dieser Krieg, der spielt natürlich den Großkonzern im Moment in die Hände. Weil nach der großen Gesundheitskrise, in der Milliarden und Abermilliarden in die Hände der Pharmaindustrie, gespült wurden, spült dieser Krieg jetzt Milliarden und Abermilliarden in die Hände der Rüstungsindustrie. Und sowohl die Pharmaindustrie als auch die Rüstungsindustrie sind beide durchdrungen von den IT-Konzernen und von den großen Finanzkonzernen. Ja, aber ist das denn nicht wirklich gefährlich? Ich meine, ich habe neulich ja auch einen Bericht gemacht über dieses ESG und da ist mir einfach aufgefallen, dass es so eine Art Technokratie ist. Das bedeutet also, wenn wir jemanden wählen, heißt es nicht, dass die wirklich für uns arbeiten, sondern im Hintergrund arbeiten, also diese ganzen Menschen, die du gerade beschrieben hast. Und das ist eigentlich eine Gefahr für die Demokratie. Warum spricht da keiner drüber? Ja, das hat sich so entwickelt und da spricht keiner drüber, weil immer dieser Anschein der Demokratie aufrechterhalten werden soll. Also eigentlich ist das, was wir jetzt erleben, also dieses Prinzip auch des World Economic Forums, also die Global Private Partnership oder die Public Private Partnership, also die Partnerschaft zwischen den Staaten und den großen Konzernen, ist im Grunde nichts anderes als die Agenda, die Mussolini verfolgt hat. Bei Mussolini hieß das eigentlich nur ein bisschen anders. Da hieß das autokratischer Korporatismus und heute wird das eben Public Private Partnership genannt. Ist im Grunde das Gleiche. Naja, also ich meine, immer mehr Menschen lesen jetzt, fangen an zu lesen, hören immer öfter über Klaus Schwab und Konsorten, über die ganzen starken Stiftungen hier auf dieser Welt. Ich meine, diese Stiftungen haben ja wirklich enorm viel Geld. Und mit diesem Geld schieben sie einfach gewisse Agenten nach vorne, ganz unabhängig von den Regierungen dieser Welt. Weil wenn man so viele Milliarden hat, kann man natürlich einfach was aufbauen und auch überall Werbung machen. Und dann ist das keine Propaganda oder von irgendwelchen PR-Agenturen, sondern das kommt dann von offizieller Seite. Mir ist einfach mal aufgefallen, als der Klaus Schwab gesagt hat, build back better, nach der Corona-Krise, build back better. Auf einmal habe ich gehört, Frau von der Leyen, build back better. Alle build back better, überall der Trudeau und überall die gleichen Worte sogar. Manchmal habe ich das Gefühl, die schicken so ein Papier dahin und sagen, hier Frau von der Leyen, hier Herr Scholz, hier. Aber ich bleibe dabei, was ist mit Putin? Was ist mit Russland? Weil Russland ist doch auch ein wichtiger Faktor in dieser ganzen Welt. Wenn der jetzt rausgenommen wird vom WEF, also von den Strukturen, was kann da passieren? Ich glaube nicht, dass Putin der wichtigste Mann ist da in Russland. Ich glaube, dass in Russland auch die gleiche Agenda vollzogen wird wie im Westen. Also Russland ist voll in der Hand der Oligarchen. Und es gibt einen Mann, der in Russland wichtiger ist, das ist der Chef der Sparebank. Also das ist Hermann Gräf, der Chef der Sparebank. Das ist auch ein Young Global Leader. Und der sitzt sogar auch im Vorstand mit Larry Fink zusammen und mit Klaus Schwab im Vorstand des WEF. Also und wir sehen ja alle, dass in Russland also auch die digitale Zentralbankwährung vorbereitet wird. Da hat auch ein Großversuch gerade stattgefunden. Also im Grunde läuft da auch die gleiche Agenda. Und da wird auch Herr Putin nichts dran ändern. Ich meine, ich wollte hier auch nochmal erwähnen, ich nenne keinen Namen, aber du hast mir im Vorgespräch auch gesagt, also auch du wurdest versucht, zensiert zu werden, ja, indem du mal Putin kritisiert hast. Und ich wollte auch mal hier einfach in die Kamera sagen, ja, für alle, die uns hier zugucken, wenn ich Putin kritisieren will oder meine Gäste, die dürfen das, ne? Also wir dürfen ganz offen darüber reden, hier wird nicht zensiert. Und das ist mir persönlich sehr wichtig und dir auch. Ja, genau. Also ich meine, warum sollte man nicht Putin kritisieren dürfen? Ganz genau. Und darf eigentlich alle kritisieren. Ja. Ja, was denkst du? Sie haben ja noch viel mehr gegründet. Ich meine, in deinem Buch kann man wirklich alles nachlesen. Ja, vielleicht ganz kurz erwähnenswert ist noch, dass das WEF mit beteiligt war an der Gründung der G20. Also die G20, die Vorgängerorganisationen waren ja die G7 von 1973. Und dann, ich glaube, in den 90er Jahren oder in den 80er Jahren sind die G8 dann zustande gekommen. Und irgendwann hat es die G20 gegeben, das ist auf die Initiative von Klaus Schwab zurückzuführen, der gesagt hat, man muss die ganzen Entwicklungs- und Schwellenländer auch mit berücksichtigen und auch mit reinbringen. Also die BRICS-Staaten vor allem. Das ist eine Sache gewesen. Dann die Gründung der WTO, der World Trade Organization, die ist auch auf Veranlassung von Klaus Schwab, hat die stattgefunden. Und dann, was gerade die letzten zweieinhalb Jahre ganz wichtig ist, die GAVI, die Global Alliance for Vaccination and Immunization, also die globale Impfallianz, ist auch in Davos gegründet worden, damals mit einer Anschubfinanzierung von 750 Millionen durch die Bill- und Melinda-Gates-Stiftung. Also das sind so ganz wichtige einzelne Meilensteine der Entwicklung noch gewesen. Was noch ganz wichtig ist, was mir noch ganz am Herzen liegt, ist darauf hinzuweisen, dass Klaus Schwab vor dem Great Reset noch ein Buch geschrieben hat, und zwar im Jahre 2016, die vierte industrielle Revolution. Und dass er sich darin als Transhumanist geoutet hat. Also Klaus Schwab sieht die Zukunft der Menschheit in der Verschmelzung der digitalen und der biologischen Sphäre. Und ich finde, das ist so ziemlich das Gefährlichste, was es überhaupt auf der Welt im Moment gibt. Also seine Idee ist, dass die Menschheit demnächst auf eine höhere Stufe gehoben wird, und zwar deswegen, weil die biologische und die digitale Sphäre miteinander verschmelzen. Wie das aussieht, das macht uns im Moment Elon Musk vor mit seinem Unternehmen Neuralink. Da werden den Leuten Implantate ins Gehirn eingepflanzt, sodass sie dann also nicht mehr an ihren Computer gehen müssen, um in Google, in die Suchmaschine von Google reinzukommen, sondern das über ihre Gedanken steuern können. Das Schlimme ist, dass damit die Selbstbestimmtheit des Menschen aufgegeben wird. Der Mensch wird dann mit der digitalen Sphäre verbunden. Die wird ihn dann leiten und lenken. Die wird bis hin in sein Gefühlsleben eindringen. Also der Mensch wird dann total fremdbestimmt sein. Und zwar im Interesse der kleinen Elite, die die Welt im Moment in der Hand hat. Und das ist natürlich eine ganz gefährliche Zukunftsvision. Und da muss man immer darauf hinweisen, dass da also wirklich alle roten Linien überschritten sind. Ja, gerade dieses Jahr, also vor kurzem, als sich die G20 getroffen hat, haben sie ja auch darüber gesprochen, dass sie sich relativ einig sind, so eine, diese globale ID da einzuführen. Sie hatten ja auch diese ID2020, ist ja auch die Idee im Grunde auch von Klaus Schwab. Er hat die alle an einen Tisch gebracht, gerade was du gesagt hast, Bill Gates und so. Und die kommen immer wieder zusammen. Also ich meine, ich rede jetzt hier seit Jahren auch und ich lade dich ein und andere Leute und wir reden und reden. Wie kann man eigentlich da mal sagen, hey, haltet euch da mal raus, lasst uns erst mal die Regierungen machen lassen und dann kommt ihr. Ja, das wird nicht gehen deswegen, weil die Regierungen eben nicht mehr die Macht haben. Die Macht haben diese großen Konzerne, die Macht hat das Finanzsystem. Und wenn man die Welt wirklich auf einen besseren Weg führen will, dann muss man da wirklich ansetzen. Also man muss sich das Finanzsystem vor allen Dingen mal angucken. Da ist der Bereich der Derivate, der ist völlig außer Kontrolle geraten. Und da werden wir im nächsten Jahr auch einige große Überraschungen erleben, weil da steht einiges an im Jahre 2023. Aber das hat dazu geführt, dass in den letzten Jahren dieses ganze Finanzsystem zu einer Art Casino geworden ist, in dem einfach nur hemmungslos gewettet wird und zwar zu Ungünsten der Mehrheit der Menschheit. Also wir erleben in den letzten paar Jahren ja eine unglaubliche Konzentration von Wohlstand in unglaublich wenigen Händen. Also es hat es noch nie gegeben, dass man Menschen in einen Bus setzen kann und dass diese paar Leute, die in einen Bus passen, dass die so viel besitzen wie die Hälfte der Menschheit. Also das ist eine Entwicklung, die ist in letzter Zeit so unglaublich mit einem solchen Turbo vorangeschritten. Und das bedeutet natürlich auch, dass die diese ganze Macht jetzt in ihren Händen halten. Und diese Macht muss irgendwie gebrochen werden. Also die muss gebrochen werden im Finanzsystem. Meiner Meinung nach dadurch, dass man im Bereich der Derivate völlig aufräumt. Also die meisten Derivate da einfach verbietet. Und man muss im IT-Bereich aufräumen. Man muss die Macht der großen IT-Konzerne brechen. Und da gibt es meiner Meinung nach eine ganz einfache Lösung. Man muss Patente und Lizenzen weltweit freigeben. Weil die leben nur von den Patenten und den Lizenzen. Und da gibt es die Möglichkeit, also auf Open-Source-Strukturen zurückzugreifen. Wir wissen ja, dass Linux eine ganz gut funktionierende Software ist, an der alle mitwirken. Also da verdient keiner dran. Da kann jeder sein Wissen mit reinbringen. Und es gibt in der Bevölkerung so viel Kreativität. Also das würde eine Explosion an Kreativität auslösen. Das würde die Welt unendlich viel besser machen. Und das würde die ganze digitale Sphäre dem Interesse der Mehrheit der Menschen unterwerfen. Und nicht weiter dafür sorgen, dass das im Interesse einer kleinen Minderheit fortgeführt werden kann. Ja, die haben ja jetzt vor, so eine Digital Currency da irgendwie zu etablieren. Dabei haben wir jetzt erst gerade gesehen, dass diese Börse von FTX total verlogen war. Und auch komplett korrupt und auch kaputt gegangen ist. FTX ist ganz interessant. Und zwar, man will ja diese digitalen Zentralbankwährungen einführen. Und man muss natürlich verhindern, wenn diese digitalen Finanzzentralbankwährungen eingeführt werden, muss man verhindern, dass die Leute sich einen Ausweg suchen. Und der erste Ausweg, den die Leute dann suchen würden, wären die Kryptowährungen. Also ist man im Moment bemüht, die Kryptowährungen in Verruf zu bringen. Und wie kann man das besser machen, als indem man eine absolute korrupte Bande, wie diese Leute von FTX, einfach hochgehen lässt. Und die dann aber auch nicht ins Gefängnis bringt, sondern denen da so noch eine Plattform bietet, dass die überall rumgehen dürfen und ihre Lügen weiter verbreiten würden. Weil die diskreditieren im Moment die gesamte Kryptoszene. Also die gesamte Kryptoszene leidet darunter, dass da einige Verbrecher im Moment frei rumlaufen dürfen. Und das ist natürlich Absicht. Also das ganz Interessante ist, dass der Sam Bankman-Fried, also der Chef von FTX, der absolut ins Gefängnis gehört, dass der frei rumlaufen darf, dass der in der vorvergangenen Woche in New York sogar aufgetreten ist, auf einer Veranstaltung, wo unter anderem auch Mark Zuckerberg dabei war, wo Janet Yellen dabei war und wo Larry Fink auch gesprochen hat und wo Larry Fink ihn sogar noch in Schutz genommen hat. Also besser kann man Kryptowährungen nicht diskreditieren, als durch solche Maßnahmen. Ja, aber selbst nehmen wir mal, spinnen wir mal diese Idee weiter, dieser Smart World, die total vernetzt ist. Wie viel Strom brauchen wir dann? Wie viel Energie müssen wir dafür aufwenden, wenn alles, wirklich alles verbunden ist elektrisch? Ja, aber wenn alles elektrisch ist, dann hat man natürlich auch den Vorteil, man braucht nur noch einen Schalter umlegen, um alles stillzulegen. Also das ist ja den meisten Leuten mit den Elektroautos auch nicht bewusst. Also wenn da die Elektrizität dann abgestellt wird, dann liegt der Verkehr lahm. Also das ist genau das, was im Finanzsystem passiert, was im Bereich der politischen Macht passiert. Immer mehr Konzentration in immer weniger Händen. Also irgendwann wird einer an diesem Schalter sitzen und sagen, pass mal auf Leute, ihr dürft oder ihr dürft nicht. Ja, ich meine, wir haben natürlich schon gesehen, in der Corona-Zeit, wenn es darum ging, zum Beispiel gehen wir nach Kanada mit den Lkw-Fahrern, denen wurden einfach die Konten geschlossen, eingefroren. Das heißt, die Menschen hatten Familie, ganz normal, sie haben ja nichts Böses gemacht, sie sind einfach nur demonstrieren gegangen. Und auf einmal hat keiner mehr von denen die Möglichkeit, Geld abzuheben, Geld zu bekommen. Sie waren also wirklich kaltgestellt. Das ist doch eine Horrorvision für alle Menschen. Das Gleiche ist ja in China passiert. In China haben wir ja den Zusammenbruch des zweitgrößten Immobilienunternehmens gehabt. Das hat dazu geführt, dass mehrere Banken pleite gegangen sind, dass die Leute ihr Geld nicht bekommen haben. Und als diese Leute dann demonstrieren wollten, haben sie plötzlich gemerkt, dass ihr QR-Code, ihr Gesundheitscode auf rot umgesprungen ist. Also da kann man natürlich auch solche gesundheitlichen Maßnahmen dann politisch missbrauchen, um unliebsame Bürger dann von der Straße fernzuhalten. Ja, was meinst du denn, ist es vielleicht besser mal die Hälfte der Lebenszeit ohne digitale Geräte vielleicht zu leben? Auf jeden Fall. Also ich denke, das ist auch ein Trend, den wir in der Zukunft sehen werden. Also wir sehen ja im Moment auch, dass eines der größten Digitalprojekte krachend gescheitert ist. Also Facebook hat sich ja in Meta umbenannt und Mark Zuckerberg hat ja ganz vollmundig gesagt, also in ein paar Jahren werden die Leute einen großen Teil ihrer Zeit im Metaversum verbringen. Aber das ist leider überhaupt nicht der Fall. Also das Metaversum ist einer der größten Fehlschläge in der IT-Industrie seit Jahren. Deswegen, weil die Leute einfach nicht bereit sind, sich mit diesen QR-Brillen da in der Wirklichkeit zu bewegen. Weil Eltern nicht bereit sind, ihre Kinder im Kinderzimmer mit diesen QR-Brillen sitzen zu lassen. Und ich denke, da ist im Moment, da bildet sich so ein Gegentrend. Und ich denke, dieser Gegentrend, der wird noch viel, viel heftiger werden. Weil die Leute werden in den nächsten Monaten und Jahren, werden die erkennen, in welches Gefängnis sie da eigentlich schon reingeführt wurde, in welche Falle sie reingelockt wurden. Und die werden sich dann dem widersetzen, da bin ich ganz sicher. Naja, ich persönlich bin ja auch in diesen ganzen zweieinhalb Jahren, habe ich mein Handy immer zu Hause gelassen, wenn ich draußen war, wenn ich Leute besucht habe, weil mir ganz klar war, das ist ja dann später rausgekommen, dass die Telekom einfach unsere Daten weitergegeben hat an die Regierung, ob das jetzt okay ist oder nicht. Aber diesen Weg daraus finden wir, glaube ich, alle nur, wenn wir in uns reingucken. Und das Wort digitale Auszeit ist jetzt zum Beispiel wie ein Urlaub. Die Menschen fühlen sich richtig gut, wenn sie mal zwei, drei Tage am Wochenende einfach das Handy zu Hause lassen und in die Natur gehen, sich mit Menschen, wirklich mit wahren, echten Menschen treffen. Und ich glaube, das ist eine riesen, riesen Chance. Wie siehst du das? Ja, auf jeden Fall. Weihnachten steht ja vor der Tür und da gibt es ja die Gelegenheit, mal das Handy wegzulassen und sich mal wieder mit der eigenen Familie zu beschäftigen, sich mit den Kindern zu beschäftigen. Und Weihnachten ist ja auch mal eine Gelegenheit, den Kindern mal wieder etwas Normales zu schenken, also ein Buch zu schenken und nicht das letzte, ich weiß nicht, wie diese Geräte heißen, also diese ganzen elektronischen Spiele, die es da gibt. Also ich finde, da sollte man wirklich gerade in dieser Zeit mal drüber nachdenken, dass man da vielleicht seine Finger von diesen ganzen elektronischen Geräten lässt und mal wieder zum normalen Leben zurückkehrt. Vor allem auch zum Bücherlesen. Ja, das wäre natürlich nicht so schlecht. Weil ich meine, mit dieser Zensur, ich habe das ja auch schon festgestellt, also wenn die zensieren, nehmen wir mal einen ganzen Sender, dann ist alles weg. Aber ein Buch, das kannst du immer wieder in die Hand nehmen und immer wieder nachlesen. Es verjährt nicht. Gut, na klar, sie können in deine Wohnung reinkommen und die Bücher mitnehmen und verbrennen. Das gab es auch schon in der Geschichte. Aber ich denke, dass das Risiko im Netz alles zu machen, ist viel höher. Auf jeden Fall. Weil, wie können die denn überhaupt noch kontrollieren, was wir undigital machen? Ist das Ihnen möglich? Ja, ich denke also, solange wir nicht verchippt sind, solange wir noch nicht diese allerletzte Endstufe erreicht haben, die ja also der Traum von Klaus Schwab und seinem Mann ist, solange das noch nicht passiert ist, sind wir noch in der Lage, dem Ganzen zu entrinnen. Aber wer eben den ganzen Tag immer schon mit seinem Handy da durch die Gegend läuft, ist natürlich auch trackbar. Bei dem weiß man genau, wo er ist, was er macht und so weiter. Wir wissen ja auch, dass das Handy immer mithören kann, jede Unterhaltung mit anhören kann. Also müssen wir uns da aus dieser Sphäre mal verabschieden. Im Moment geht es noch. Wenn wir da nicht bald mal auf die Bremse treten, dann wird es irgendwann nicht mehr gehen. Mensch, schön, dass du auf jeden Fall hier warst. Gibt es noch irgendwas aus dem Buch, was ich vielleicht nicht angesprochen habe? Ich meine, ich kann nur sagen, ich empfehle das, weil es ist mein Lieblingsthema. Mein Lieblingsthema hört sich komisch an, aber ich weiß, dass da alles hinführt und dort die Macht geballt ist. Also ich kann das Buch nur empfehlen. Ist es denn auf dem Markt? Kann man das überall kaufen? Ja, das ist jetzt inzwischen Gott sei Dank überall erhältlich. Es gab ein paar Probleme, weil der Papierpreis ist so in die Höhe geschossen, dass so viele Leute dann versucht haben, vor Weihnachten noch Bücher drucken zu lassen, dass die Druckerei dann nicht mehr hinterhergekommen ist. Dann gab es ein paar Lieferschwierigkeiten, weil es da ja auch ein paar Probleme gibt mit der Logistik im Moment. Aber jetzt ist das Buch überall erhältlich. Ist noch irgendwas, was du den Zuschauern sagen willst, jetzt vor allem in der Vorweihnachtszeit? Ja, fröhliche Weihnachten und ein schön gutes neues Jahr. Ein gutes Jahr 2023 und vor allen Dingen viel Kraft fürs nächste Jahr, weil es wird bestimmt nicht so einfach werden. Aber wie gesagt, also der Plan der anderen Seite wird nicht aufgehen und das macht mir Hoffnung. Und ich denke, wir sind alle stark genug, um das durchzustehen. Das sind tolle Worte. Vielen Dank, Ernst. Danke. Ja, schaut euch mal an, was da drin steht im Weltwirtschaftsforum im Buch von Ernst Wolf. Ich habe es gelesen. Ich finde es eine gute Zusammenfassung für alle Menschen, vielleicht auch als Weihnachtsgeschenk, keine Ahnung. Ich möchte ja auch keine Werbung machen, aber ich finde das Buch gut, weil man kann immer wieder nachlesen. Und das ist für mich das Wichtigste an Büchern, immer wieder nachlesen, nach 10 Jahren, nach 15 Jahren. Ja, man vergisst ja immer wieder Teile. Und auch ich wünsche euch eine gute Zeit und eine besinnliche Zeit, sodass ihr einfach mal die Handys und die Laptops zuklappt, zumacht und weglegt. Ja, ich wünsche euch wie immer, bleibt neugierig und bleibt Mensch. Bis zum nächsten Mal.